hallo willkommen zurück zu bloody cave ich dachte ich mache das intro ok da warst du schneller da warst du schneller mein freund da warst du diesmal schneller ok so müssen ja auch ganz schnell jetzt hier weitermachen lass uns mal gucken ob hier irgendwo bäume sind bäume ja hier oben wir müssen über die erde noch und dann also hier oben schon das heißt hier muss müssen immer bäume sein ich bin jetzt oben drüber also ich bin jetzt hier über dir ich bin jetzt über den über der erde so vielleicht aber bist du dir sicher dass wir den weg noch zurückfinden ja ja klar aber wir sind direkt auf der gratschicht jetzt ja du bist so optimistisch ja ich hätte mit dir sterben gleich gar nicht wir sind viel zu gut dafür immer schlimmes wird gleich passieren ich ahne es oh ich habe einen baum gefunden du hast nicht an mich geglaubt haben wir schon mal wieder ins marag sicher mindestens ein auf jeden fall so wenn wir so ein wald finden würden also das wäre einfach so ein traum weiter 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 buddeln weiter buddeln wie stell dir vor jetzt ist das strip mining verboten so was wie was ist verboten hier ist ja ich habe auch ein baum kommen bäume sind mega nice die bringen ja noch viel oder ist richtig hoch der gewesen der baum strip mining meinte ich eben was ist denn das soll ich mit der axt dran gehen dann kannst du da weg gehen da kannst du schon mal weiter suchen dann mache ich das und nach links hier ist noch ein baum nice sieht gut aus was ist das hier ach so das ist die ganze ich finde hier ist noch ein baum ist noch so riesig die können auf einer ganz anderen seite sein hoffe ich doch stell dir vor die werden so oh gott wenn wir so in die andere richtung gegraben haben ist halt übelst schwierig einzuschätzen hinten ist übrigens noch ein baum hast du lieber sehen ach hier ist gar kein baum habe ich doch gesagt hier geht es aber noch weiter sind noch mehr bäume richtig viele oder nicht sind nicht ich hab mich geirrt waren einfach nur milliarden von blättern alter geh mal weg du machst hier du hast mich gar nicht mehr lieb nein habe ich nicht ich hoffe wir sind wieder zurück in diesen dschungel alter ich weiß gar nicht mehr wo ich bin doch wir können ja erstmal zurück und das holz hier war wirklich ist wir war ja bitte links rum rechts rum hier dann hier nach links genau hier ging es links und hier nach rechts hier an der wand lang und wenn wir dann das ist kein zombie so das ding ist die creeper da sind zombies also die creeper hört man auch immer ganz gut wenn die explodieren das wäre vielleicht ein problem so hier ist das was hier ist wasser darauf und da unten kommen wir und hier ist unsere base hier ist noch alles im grünen bereich ok oder so weit nee das sind die die beiden ok wie du gleich panik schiebst doch klar alter hier warte ich gebe dir noch holz holz für dich danke noch mehr holz wo treffen wir uns seit ruhig ich will mich nicht mit euch treffen ich hab angst vor euch warum haben wir nicht mehr die erschwert lass mal zwei die erschwerte machen von den dingern die wir jetzt haben müsste gerade so reichen oder weiß ich nicht ich habe 18 emeralds war hier und 20 kostet einer das heißt wir brauchen 80 für zwei die erschwerte 80 die haben wir eine farm werden wir schneller gewesen ich glaube ich habe hier ein emerald zwei emeralds drei emeralds und vier emeralds und dann habe ich noch 26 sticks und so warte hier bitteschön ich kann ja noch mal gucken ob ich hier noch komme hier dingens krieg ich auch noch hier ein bisschen redstone redstone hast du redstone hier kann ich ja noch mal 25 geben ich kann mich auch noch geben zack stimmt kohle wie viel kohle brauchen wir für den ich habe jetzt 41 emeralds das heißt wir können einen diashwert machen ach 32 kohle ist ein emerald wie viele kohle wir haben doch voll viel kohle warte wie viel kohle haben wir denn noch hier 63 26 wie viel zombie gehirn hast du zwei emeralds ähm ja ich habe neun stück wir brauchen 16 16 stück brauchen wir ich habe noch mal zwei emeralds hier ich habe elf aber mal so gut ich würde mal sagen oh das wetter draußen ne ja aber das ist das sieht doch schon mal gut aus was wir hier haben das sieht richtig fresh aus oh warte mal ganz kurz ich muss das fenster zumachen bitte sorry auf einmal fängt das richtig an zu gießen ich dachte ich glaube mit dem glatt muss ich noch langsam herantesten sehr sehr langsam heißt so viel wie wir sind wahrscheinlich 10.000 kilometer behind oder komm wir gehen jetzt weiter auf die suche obwohl warte mach mal zwei hier spitzhacken von den emeralds und gib mir danach wieder die hälfte eine spitzhack für dich danke eine spitzhack für mich und ich habe noch ganz viele redstone dinger die hälfte der emeralds für dich ja wenn du ganz noch 64 redstone hast kriegst du noch mehr ja guck mal dann kriegst du noch mehr emeralds also es wird doch langsam es wird doch langsam ich habe noch fünf knochen ich kann wieder knochenmehl machen warte ok ich sollte mir schon mal die ja machen davon mach ich zwei und dann macht ihr die erschwerten die erschwert ist die erschwert dann haben wir es auf jeden fall aber wir sind so dumm dass wir die wolle nicht benutzt haben weil die wolle darf man ja nicht direkt abgraben das verboten meine ich wie jetzt oder was meinst du mit abgraben die wolle die dürfen doch glaube ich nicht direkt abgraben sondern nur indirekt na ja wir können eine schere machen und dann die schafe davon so ja stimmt welche schafe hätten wir haben müssen bisher alter ist das geht schnell wenn du sie mit der farm mit der farm hätten wir die vermehren können und so ich habe noch ein emerald dazu so ok gut und ich würde sagen weiter geht's ne ich habe noch 44 silber hier reisen im dingens das gebe ich dir mal was sie mit alter was was bringt er hier in der truhe wenn wir im kampf sind und ich den trank bräuchte weißt du ja ok gut so 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 gut ich bin bereit weiter geht's und gehen wir in die höhle oder ich würde sagen durch die ich würde sagen durch die höhle wieder hoch bitte sicher ich fand das relativ cool weil wir da da die ganzen bäume gefunden haben okay stimmt was mich noch was ich ja überall wieder achtung und hier gibt es viele viecher genau das wollte ich auch noch mal war der explodiert alter hier sind wir heute immer ganz unten so angelangt weil wir uns die ganze zeit in die luft sprengen so hier ist noch ein creeper die gehen aber auch egal was ist hoch ne ja weil die crazy crazy creeper man so ok gut den den blue stained clay habe ich jetzt weggeworfen aber ich habe noch nichts dazu bekommen ich gehe wieder nach oben wo die bäume waren ich bin offen ich bin direkt hinter dir warte hier neben uns ist auch irgendwo eine höhle irgendwo hier da in die richtung ist irgendwo ein zombie über uns vielleicht hier hier ist auch eine höhle oder haben sie sich hier durchgegraben ne dafür ist das zu unregelmäßig ich habe schießpulver hier sind noch zwei zombies ich bin sehr optimistisch dass du da so weit rein rennst ja ich finde eigentlich relativ eingang das hat doch nie im leben jemand so gebaut oder so hierzu diese blöcke in der höhe glaubst du oh gott hoffentlich finden wir den weg zurück ja wir haben ja doch notfalls haben wir die emirates aber naja war da oben eine crafting box nee ich würde sagen wir finden lassen sonst ein paar sachen mitnehmen damit wir bitte ich meinte jetzt war jetzt bezüglich den weg nach hause finden ja markiere noch mit cobblestone oder so an der stelle wo wir landen müssen wollte ich nicht die wollen echt mit uns verhalten also kommst du zurück hier geht es nach unten als mega viele creeper hier ist eine riesen höhle ja komm mit wir mag ich mag hier oder wir müssen den weg jetzt irgendwie markieren ja aber dann sind das ja auch oder ist doch egal die werden den glaube ich nicht folgen hier haben wir uns durchgebuddelt bist du hinter mir ja so hier haben wir uns durchgebuddelt so und hier geht es runter und da müssen wir auch unter so und jetzt müssen wir das wasser hier ist der eingang okay wissen wir bescheid so so oh gott naja genau hier habe ich mich durchgebuddelt fledermaus kommst du ja ich komme okay steckst wieder fest ne eisen eisen können wir eisen eigentlich auch einlösen weiß war das nicht kohle ist nur ganz wichtig das alles was du mit kohle siehst mitnehmen ich habe ganz viel kohle hier deswegen kohle 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 ich renne schon mal ein stück weiter du siehst ja dann meinen namen hoffe ich für dich du hast ein viech aufgestellt richtig was habe ich aufgestellt da ist ein viech aufgestellt guck mal da hinten hier hier war gerade so ein viech ach den achso doch doch ja doch das war ich mit mit viech mit viech wusste ich nicht was du meinst hast du gesehen dass es weitergeht hier unten ja genau hier war ich eben hier wollte ich auch runter ja das lebensgefährlich nein er geht nicht hoch habe ihn habe ihn hat den anderen creeper auch wir müssen uns ja warte ich mache das hier ich mache das mit dem clay jetzt warte hier ist ein creeper hinter dir hab ihn so ich habe eine riesen fahne jetzt hingemacht finde ich auch alter ist das hier riesig so wie die jetzt hier nicht finden aber guck mal da siehst du mal wie groß die welt neu ist als ob die uns finden würden so ok hier ist nicht mehr wirklich was hier unten also wir sind aber auch schon wieder viel zu tief wir kommen schon wieder von den bäumen ab ja ist richtig aber das hier unten ist auch nix ich mal hier oben lang ist noch ein skelett ja ich fand die ganze zeit eigentlich nur die monster max also hier sind immer so einzelne sachen abgebaut ich weiß nicht ob das so gehört so hier sind so zwei sachen hier sind nur drei sachen hier sind so vier sachen vielleicht waren die auch nur kurz hier ist ganz viel coole wir fahren ja oder ist lava wir waren ja auch nur ganz kurz hier und haben sind direkt wieder abgebaut und sie haben höhle da sehen die und so fort oder so weißt du ich war ja ja denke ich nämlich vielleicht ich bin hier oben jetzt nenn ich dass du mich verlierst ich weiß nicht wo du bist deswegen ganz woanders als du das finde ich schön so das passt ja passt vor allem zu mir ja woanders zu sein ja du bist immer wo du bist anders woanders immer anders thomas anders hast du so viel vor mir aufgestellt nö du hast du das bestimmt aussehen gewesen kann sein ja so ne da unten da unten war ich gar nicht hier ist wasser wenn wir noch wasser brauchen ja da rechts ist auch lava hier war ich eben schon hier ist nicht mehr wirklich was da unten ist nur ein skelett hatten wir gerade auch na du dann lass mal wieder abhauen jetzt ist mir zu gruseln hier ok du dir du hast eins dass wir uns verirren ja ich will weg hier das ist hatten die anderen bestimmt auch das problem links rum war das komisch schon weg folgen cobblestone 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 also ich habe 23 kohle du musst einfach dreimal schnell draufschlagen dann export dann christian eigentlich schneller als explodiert aber das noch einer meiner 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 so ich habe wieder zwei knochen auf jeden fall hier ist noch ein skelett und ein creeper ich wünsche dir will mal einen bogen droppen das wäre schon mal nicht ja habe ich echt jo der hat doch gerade einen gedroppt bin ich bescheuert ich habe acht pfeile auf jeden fall ich habe 32 pfeile jetzt insgesamt wie viele knochen hast du ein gib her habe ich reingepackt in ruhe und haben mir die ganze kohle rausgenommen und macht daraus des emirates ja wir müssen die folge auch gleich wieder beenden toll die rennt schon wieder das wahnsinn wir werden bestimmt nachher als pussys abgestempelt so warum denn ich meine wir haben ja noch nicht genug leute wir wollen ja auch irgendwie wenn wir schon verhalten wollen wir auch sinnvoll freien ja dann würde ich jetzt auch ein cut machen ich mache jetzt hier nur kurz obwohl das kann ich auch gleich machen okay sag ich also mal bis zum nächsten mal wenn wieder heisst tschüss